Hallo und willkommen hier zu meinem nächsten Video. Ja, das im vorigen Video vorgestellte Gebäude und der Bau des Gebäudes Abschnitt D Süd. Das habe ich euch beschrieben. Hier nochmal jetzt wirklich vollendet. Ich habe die Dachaufbauten aufgesetzt und den Sockel hier leicht angehoben. Das könnt ihr hier sehen. Auch die Textur habe ich verändert und die Farbe auch nochmal überarbeitet, sodass das ganze Gebäude jetzt etwas originaler aussieht, dem eigentlichen, dem echten Gebäude in der heutigen Karl-Marx-Allee näher kommt. Nun soll es darum gehen, dass wir einen Schwenk machen Richtung Norden. Hier geht es um den Abschnitt D Nord und zwar das berühmte Café Warschau, was es bis vor Jahrzehnten hier an dieser Stelle gab. Heute steht an dieser Stelle das Berliner Computerspielemuseum. Das ich auf diese Weise von hier aus sehr herzlich grüßen möchte. Jetzt wird also die Heimstatt des Computerspielemuseums in Berlin nachgebaut. Zumindest das äußere, das große Gebäude. Und im Kleinen werde ich mir das dann mal demnächst von innen anschauen und es vielleicht ein Stückchen weit auch nachempfinden können. Soweit erstmal an dieser Stelle bis zum nächsten Schnitt. Der nächste Schritt ist hier schon bereits vollzogen. Das Gelände ist soweit eingeebnet, sodass das Gebäude hier Platz finden kann. Und weiter geht's. Der nächste Schritt, ich habe hier mit roten Hilfslinien mal gesehen, wo die Gebäude sich befinden und wo sie stehen müssten. Laut Google Earth, wenn man sich da mal die Luftaufnahmen anschaut, muss das Gebäude genau hier beginnen. Und zwar hier bei 95 Metern. Ich habe es mal ausgemessen bei Google Earth. 95 Metern wäre also hier. Hier müsste also die Mauer lang gehen. Ich male es mal so dahin. Und ja, das muss jetzt abgestimmt werden auf den ersten Teil der Fassade. Da muss ja auch die Fensteranordnung zurechtkommen und die Position vor allen Dingen zum gegenüberliegenden Gebäude. Wenn ihr Lust habt, guckt mal selber bei Google Earth, wie da die Lage vor Ort genau ist. Das kann man da sehr, sehr schön nachvollziehen. Also ein Blick bei Google Earth zeigt es nochmal, an welcher Stelle das Gebäude stehen muss. Diese Kante, die ich hier dargestellt habe, zeigt genau auf diesen Teil der Fassade. Das kann man auch bei den 2D-Aufnahmen, also beim Blick von oben, aber auch über Google Earth sehen, wenn man von hier drauf schaut, also hier diese Linie des Gebäudes so verfolgt, dann zeigt es genau so auf den Teil der Fassade. Also insofern, glaube ich, liegen wir hier ganz gut. Auch die Bemaßung, mit denen jetzt etwa, ja hier müssen wir bei 90, bei 97 Metern fängt die Fassade hier an. Etwa 95, 97 Meter, da sind wir hier ganz gut, glaube ich. Also das stimmt hier erst einmal. Jetzt kommt der nächste Schnitt. Und hier können wir einen Blick nochmal auf diese Markierungslinien werfen und auf den ersten Teil der bereits entstandenen Fassade. Das kommt hier alles ganz gut hin, auch mit dem Abstand zum Haus hier links bis zur rechten Fassade. Die Fensteranzahl stimmt überein und auch die Proportionen sollten hier gut funktionieren. Ja, also dann geht es weiter. Ein paar weitere Schritte sind gemacht. Die roten Hilfslinien sind entfernt und die Fassade ist soweit, zumindest zur Front hin, soweit erst einmal fertig. Auch die Fensteranzahl stimmt, die Fensteranordnung stimmt. Und das, was da unten den Aufbau der Schaufenster angeht, da bin ich unsicher. Da kann ich nicht so viel sehen bei Google Earth, weil da zumeist Bäume gepflanzt sind und da kann man nicht dahinter schauen. Also kann ich mir das nur im Original ansehen. Das werde ich demnächst tun. Ja, gucken wir weiter, was jetzt noch kommt. Und zwar die Gestaltung der Frontfläche hier. Das ist der Bereich des Café Warschau. Und dann geht es darum, den hinteren Bereich und die hintere Fassade aufzubauen. Also bis dann erst mal. Und nun ein Blick hier auf die Rückseite des Gebäudes. Könnt ihr sehen, hier ist einiges zu tun, um auch die Fenstergestaltung so vorzunehmen und die Aufteilung der Fenster, auch die Anzahlung der Fenster so zu wählen, dass das Ganze hier auch reinpasst. So muss tatsächlich die Vorder- und Rückseite übereinstimmen. Soweit, dass nämlich die Anzahl der Fenster vorne ebenso vorhanden ist wie auf der Rückseite und möglichst wenig verändert werden muss. Die Rückseite des Gebäudes ist nun nach einigem Aufwand auch fertiggestellt. Hier ging es vor allen Dingen um die große Herausforderung, auch die Anzahl der Fenster, ich habe es schon gesagt, in Einklang mit dem Original zu bringen. Das heißt, ich habe diesen linken Gebäudeflügel gestreckt, nochmal hier verlängert sozusagen, damit auf der anderen Seite dann auch die Anzahl der Fenster da Platz findet. Ja, das Ganze auch von der Farbgebung her so ungefähr an das Original angepasst. Also auch die verschiedenen farbigen Ärger, die Treppenhäuser hier, die sehen tatsächlich so aus. Und dann lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. Ein neuer Abschnitt seit drei Tagen baue ich jetzt an diesem Gebäude Block D Nord. Und wie ihr hier sehen könnt, der erste Flügel des Gebäudes ist nun mit Etagen und auch mit den einzelnen Zimmern und Treppenhäusern ausgestattet. Und wir können hier mal unten hineinschauen. Da können wir hier reingehen und uns das Ganze hier anschauen. Wir können hier auch heruntergehen. Und ja, so sieht man dann also auch mal so ein Gebäude von innen. Das ist vielleicht das ganz Spannende. Hier können wir noch Geländer hinmachen. Und so weiter. Also ihr seht, soweit erst mal an dieser Stelle. Und es geht weiter mit dem Bauen. Und ich denke, es wird noch einige Tage dauern, bis dann dieses Gebäude im Ganzen fertig ist. Zwei Tage sind seit dem letzten Bauabschnitt vergangen. Die unteren Etagen, die Ladengeschäfte sind soweit baulicher gerichtet. Und der mittlere Bereich, der mittlere Flügel, ist jetzt ausgestattet mit Treppenhäusern und einzelnen Wohnräumen in dem Rahmen, wie das bei Minecraft möglich ist. Bevorstehen tut nun noch dieser letzte Flügel. Und das wird, denke ich, auch wieder mindestens einen Tag dauern. Und das sind dann die letzten Schritte, die wir dann machen können, bevor das Dach aufgesetzt wird. Der Innenbereich des Gebäudes ist jetzt fertiggestellt. Und wir können hier oben drauf gucken. Soweit alles ist hier eingebaut. Türen, Treppenhäuser. Und wir können hier nochmal durchgehen und die Treppen heruntergehen. Und soweit ist auch der Innenbereich hier eingerichtet. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir das Dach aufsetzen und den Umgebungsbereich herrichten. Und soweit also erstmal von diesem Bauabschnitt. Die Obergeschosse sind jetzt auch mit den Decken, mit den Zimmerdecken versehen. Und nun beginnt die Umrandung des Daches. Sie können das schon mal sehen. Einmal dieser Bereich und dann die Umbauung der Abdeckung und der Umrandung des Daches. Es ist soweit der Block D Nord von Kurt W. Leucht, dem Architekten, der dieses Gebäude Anfang der 50er Jahre entworfen hat und letztlich auch umsetzen ließ hier in der Berliner Kamarxallee. Ja, es sind fünf Tage vergangen und das Gebäude erstrahlt nun so, wie es eigentlich sein sollten, inklusive der Dachaufbauten, die ja hier sehr komplex sind. Wie man hier sehen kann, die habe ich übernommen von Google Earth. Da kann man sich sehr, sehr schön genau anschauen, wie das eigentlich gemacht ist im Original. Ja, farblich habe ich versucht, mich auf das Original einzustellen. Der Hinterhof ist übrigens nicht so schön begrünt, wie ihr es hier sehen könnt. Denn eigentlich ist hier im Original ein Parkplatz. Aber den wollte ich hier nicht so wiedergeben. Wiedergegeben habe ich aber das Häuschen, was hier auf dem Hof ist. Das ist ein Gebäude, auch aus der Zeit Anfang der 50er Jahre. Es ist nämlich ein Trafo-Haus. Dieses Trafo-Haus gehört zur Berliner U-Bahn, die einst Richtung Friedrichsfelde, Berlin-Friedrichsfelde, dem Standort des dann entstandenen Tierparks Berlin, in Ost-Berlin sozusagen, gewesen ist. Und man kann hier auch sagen, hier unterhalb dieses Boulevards, eine Unterpflasterbahn, sagt man, hier fährt ja eigentlich im Original die U-Bahn lang. Und wenn ich irgendwann herausfinde, wie man auch in diesem Spiel eine Bahn fahren lassen kann, dann würde ich hier sogar so weit gehen, hier auch eine U-Bahn herunterzulegen. Das, glaube ich, wäre möglich. Ja, was gibt es zu sagen? Ansonsten fünf Tage Arbeit, viele, viele Stunden Zeit, die ich hier investiert habe, die ich aber auch natürlich, ich betone es immer wieder, nebenbei höre ich mir viele gute Beiträge an, die es auf YouTube zu hören, zu sehen gibt. Ich kann nur den Schweizer Rundfunk SRF empfehlen. Und da gibt es die Sendung Sternstunde. Und da kann man sehr, sehr schöne Beiträge angucken oder anhören. Das ist für mich immer so ganz wichtig. Aber auch Hörbücher sind ein sehr, sehr guter Stoff, um sich gut zu entspannen. Ja, wir gehen trotzdem mal jetzt hier wieder zurück zur virtuellen Welt. Hier hinein in dieses Gebäude. Und das habe ich mir auch im Original jetzt angeschaut. Ich war inzwischen dort vor Ort und habe mir dieses Gebäude angeschaut. Und habe hier festgestellt, dass diese Unterhaltung also genau so aussieht, wie ich es hier gemacht habe. Die Decke ist im Original viel schöner, aber mit der Beleuchtung ungefähr kommt es hin. Die Eingänge hier sind tatsächlich so. Und wir können dann mal hier hochgehen und uns das hier von Nahem betrachten. Das ist also hier der Treppenflur. Und hier kann man dann entsprechend in die Wohnungen hineinschauen. Und hier sieht man also auch, das Ganze ist begehbar. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ich schlage vor, immer dann zur Feier des Tages, wenn ein solches Gebäude fertig wird, dann kann ich auch das Datum der Fertigstellung hier festhalten. Das kann ich hier tun. Schreiben wir mal auf. Vollendet am, vollendet und dann am 2. Oktober, 2. Oktober 2021. Oh, das müssen wir dieses hier nehmen. Na, jetzt ist es zu viel geworden. Aber so rum geht das. Auf jeden Fall. Vollendet am 2. Oktober 2021. Ja, nun ist also die alte Karl-Marx-Allee wieder ein Stückchen weiter angewachsen, länger geworden. Und es wird für mich hier an dieser Stelle auch Zeit, dann mich wieder etwas mehr auch ums Hinterland zu kümmern. Denn hier ist doch eine Menge Arbeit vor mir liegend. Hier soll also noch weiter die Karl-Marx-Allee oder die alte Stalin-Allee entstehen. Aber was ich genauso interessant finde, ist ja im Grunde genommen, diese Allee nicht nur als solche isoliert darzustellen, sondern auch dafür zu sorgen, dass es im hinteren Bereich auch maßstabgetreu die Stadt zu entwickeln geht. Aber das, wie gesagt, in meiner Serie hier immer mehr auf diesen Videos. Bis dann.